Und weiter geht's. Haben wir hier noch was? Ich bleibe hier und passe auf, dass nicht wieder so ein Monster diesen Ort beschritt. Nein, 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 da will ich nicht mehr hin. Ich will da lang. Gucken, ob da oben noch was ist. Das ist nicht. Gut. Auch ein sehr krasser Übergang hier. Aber es ist auch nicht mehr so windig. Ist gut. Danke für das Retten meiner selbst. Hier, nehmt das. 50 Gold erhalten. Tschaka tschaka. Da-da-da-da. Statische Schmetterlinge, Efri-Wer. Ich finde das voll super von euch, dass ihr mich gerettet habt. Ihr seid echt Knorke. Diesen Gegenstand habe ich im Tempel gefunden. Ich brauche ihn nicht, aber ihr vielleicht. Markisches Wasser erhalten. Jo. Wir können euch das sehr gut benutzen. Ja. Bewegung. Nur das Dorf ist echt voll knuffig klein und so. Danke nochmal für eure Rettung. Bitte nehmt dies als Geschenk. Starker Trank erhalten. Hier können wir nix mitnehmen. Und im Inn ist wahrscheinlich auch keiner. Na, nur die und die ist zu teuer. Nee, nee, nee. Ich finde die Musik echt cool in dem Spiel. Moine Güte. Wow, Ralf, das war ganz schön anstrengend. Was machen wir jetzt, solange Oscar noch etwas sucht? Boing. Dich, du, 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 du. Ha, hast du das gesehen? Er ist einfach übers Meer geflogen. Auf zur Hafenstadt Ilver. Mit unserem Boot kommen wir recht weit. Bierratte. Nyeh, nyeh. B-Stinnes A-A-A-A ... denn da sieht es jetzt anders aus als vorher! ... und ich weiß genau, dass wir hier oben auch eine Träufe vergessen haben. Ha! Leben Plus gefunden. Da können wir die Dinger benutzen. Jo! Erhöht die Stärke im Drahtal... ... da hin... Das maximale HP-Ding ist um 50 Was ist das? Auf jeden Fall nichts, was man untersuchen kann Oskar! Ah, das ist wieder so ne... Ah! Na gut Dann gehen wir jetzt, äh... Gemessen dem Schrittes dorthin Und schauen, was Oskar so treibt Oh, hallo! Hallo, Elvan Drive Diese beiden Gentlemen wollen uns nicht ihr Schiff zur Verfügung überlassen Wart ihr schon... Wart ihr beiden schon ein Gashaus? Ihr sollt euch heimbefohlen uns das Schiff hier besorgen Hey, wir können euch trotzdem hören, auch wenn ihr euch wegdreht Kann keine Piraten Wart ihr bereit? Nö Und wo ist hier ein Gashaus? Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Aber diese NPCs, die sich nur einen Block weit fortbewegen Oh, ja, meine Güte 50 Taken Ey, sowas zahlt doch keiner Außer wir, natürlich, denn Ach Neeee Ah, ich hab mir jetzt mal das Plopp vergriffen Verkniffen, nicht verkniffen Opa! Ja, ist gut, ihr seid noch für so ein Wein Hey, du Ah, auf unser Schiff kommst du nicht, Börschchen Das kann ich noch Ja, und das hatten wir gerade Speichern wir noch Nochmal Jo, geht los Dann sagen wir diesen beiden Personen mal Wie sehr wir das Schiff brauchen Pirat A und Pirat B Die sehen aus wie so eine Aber ich weiß nicht Ja, du Kinder Oskar Ja Ah, Fähigkeit Zweier Angriff Fähigkeit Pfeiffer Oh, da haben jetzt Sounds gefehlt, glaube ich Hm Also, ja, da unten kämpft für sich selbst Das ist gar nicht mal verkehrt Dann machen wir mal Eis Was? Jo 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 Nanananana Oskar macht das schon Kavu Und das ist unser Sieg Ach Ja doch Ach, Meno Lüder Oskar Ja Halsgruppe hat gewonnen Sech die Spiele erhalten 20 Gold erhalten Und das war Piraten sein Natürlich Hey, der ist in der Party Hallöchen mal wieder Erneut sehe ich mich gezwungen Hier Euch die Ankündigung zu machen Dass der Letzte Teil des Videos Mal wieder ohne In-Game-Sound vonstatten geht Ich weiß immer noch nicht wieso Diesmal habe ich aber ein Nein, nicht ein Sondern unseren Äh, aller Lieblings-Tracks Äh, aller Liebling- Ihr wisst schon was ich meine Diesmal unseren Lieblings-Track Aus dem Soundtrack-Ordner unterlegt Zumindest ist es meiner Er muss euch gefallen Ansonsten Sput ihr einfach vor Viel Spaß noch Mit dem Rest des Videos Tschüss Oskar Dunkler Ritter Drachenstab Drachenhelden Rüstung-Krieger-Armband Level 10 Ist ja kein Wunder Dass er das so einfach hat Dieser Cheater So Kapitän Ei, wenn ihr mein Schiff haben wollt Müsst ihr erst an mir vorbei Nein Ah, das nervt mich nicht alle Hm? Manchmal machst du einem echt Angst aus, Oskar Das war ich nicht Ach doch mal Ich weiß nicht wieso Aber ich will nochmal speichern Huiiiii Nach Norden müssen wir an Ne? Was ist denn das hier? Das gibt's ja nicht Ey, was soll denn der Kram? Und vor allem Ich will da hin Ich will da hin Eis, Eis, Eis Ich weiß nicht Können wir hier rein? Ah! Fehler gefunden Fehler gefunden Fehler gefunden Habt ihr das gesehen? Da Da Ich glaube nicht Ich glaube nicht Dass sich das Wesen hierhin zurückgezogen hat Ich glaube nicht Okay Ich dachte ich hätte Textbook hingesprungen Ja Nun wollen wir mal schauen wo es weiter geht Hier irgendwo Weil der ist ja nach Norden gegangen Und Weiter nach Norden Geht hier nicht Hm Ich würde echt vermuten Dass wir da hin müssen Aber der ist ja dicht Von hier kommen wir Hier noch was Hm 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 Weg Ganz schön heiß hier Lass uns burschen erst Monster finden Welches Monster? Ich will da kein Monster finden Hey was ist los Ey Ähm, kenne das, wir können uns nicht mehr bewegen. Absolut nicht. Was, äh, meiner Meinung nach ziemlich ungeil ist. Wir kommen beim besten Willen nicht weg. Ah! Oh, mit 0 kann man das Eventar aufrufen. Okay, passen wir auf, hier machen wir das mal so. Nein! Ach, okay. Passen wir auf, machen wir das mal so. Wir sehen uns, äh, gleich wieder. Ja, bis gleich.